Hallo, wir sind hier gerade beim Fotoshooting für die neue WWK Kampagne mit Carsten Taller und du bist zusammen mit Carsten Taller sozusagen das Gesicht dieser Kampagne. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin die Dominik, ich bin 24 Jahre und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bamberg und habe, als ich noch da gewohnt habe, ab und zu die Spiele verfolgt und mittlerweile studiere ich in Würzburg Biologie. Und wie bist du denn zu diesem Job gekommen? Ja, ich habe den Aufruf im Internet gesehen sozusagen und habe mich dann mit einem Bild und einer kurzen Beschreibung an mich geborgen. Das ist schön. Bist du auch denn ab und zu bei Spielen von den Wohsebaskets? Ja, wenn es die Zeit zulässt, vom Studium her, auf alle Fälle, ja. Aber eigentlich bist du Würzburg-Fan oder wie? Ne, ne, ne. Also in Würzburg habe ich noch keinen, also von den Würzburger Basketballern noch kein Spiel weiterverfolgt. Also wenn ich dann mal hier in der Heimat bin, dann schaue ich schon, dass ich zu den Spielen komme. Und macht es dir denn Spaß gerade, das Fotoshooting? Ja, ist ungewohnt, aber es macht schon Spaß. Das ist meine neue Erfahrung, ja. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und vielleicht sieht man sich ja mal beim Spiel von den Wohsebaskets. Macht's gut, ciao. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.